Nicht weit von Venedig liegt in der Lagune die kleine Insel Burano. Viele bunte Häuser, enge Kanäle und ein Schiefer Kirchturm fallen mir auf. Ich genieße den warmen Tag mit wenigen Touristen. Das ist die Runde der Kratten, die sich in der Mitte des Kratts befindet. Daher sind wir in der Mitte des Kratts, in der Mitte des Kratts sind, und die Kratts lagen, und die Kratts, die Kratts fliehen. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.